Ja, hallo, willkommen bei torgranate.de. Mein Name ist Jens-Uwe Münger. Ich bin Geschäftsführer beim FSV Frankfurt und komme ursprünglich aus Bimbach in Osthessen und zum 75-jährigen Jubiläum der Spielvereinung Bimbach sind wir zu Gast und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute, möglichst viele Zuschauer zu diesem Spiel kommen. Am 6. Juli sind wir dort mit unserer kompletten ersten Mannschaft. Trainerteam um Benno Müllmann ist komplett dabei, alle Spieler der ersten Mannschaft und ja, ich denke ein tolles Sportevent, auch gerade für Osthessen. Wir wollen uns dort präsentieren bei meinem alten Heimatverein und ich hoffe einfach, dass da möglichst viele Zuschauer vor Ort sind und sich Zweitliga-Bundesliga-Fußball direkt vor Ort im Landkreis Fulda anschauen. Also, alle kommen, 6. Juli, 16 Uhr, Sportanlage am Hedenberg in Bimbach. Also, wir sehen uns.